Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ganz kurzes, knackiges Altcoin-Vorstellvideo und zwar geht es um den Uhu-Token, Refreshing the Financial Future. White Paper gibt es natürlich, werde ich euch auf jeden Fall unten in die Kommentarspalte bzw. unten in die Videobeschreibung auf jeden Fall anpinnen. Ist noch ein relativ neues Projekt, wo aber jetzt, sage ich mal, dann im September soll dann der DEX-Launch sein. Momentan kann man das erst nur direkt über die Website kaufen, sieht man dann hier, kann man dann auf jetzt kaufen klicken. Und im Endeffekt seht ihr dann auch gleich nochmal die Preise bzw. ihr müsst nicht, weil hier auch steht Mindestsumme 1000 oder so, müsst ihr nicht investieren. Ihr könnt theoretisch auch hier 10 Euro einfach reinstecken, dann könnt ihr das kaufen. Kann es auch für ein Kind kaufen, je nachdem, was ihr halt wollt. Und wie gesagt, im September ist dann der DEX-Launch, im Endeffekt kauft ihr das jetzt hier im Presale im Endeffekt und dann könnt ihr es aber im September, wenn die DEX dann gelauncht ist, dann könnt ihr es dort wiederum verkaufen. Ja, so viel im Endeffekt dazu, wie ihr es kaufen könnt. Börsen sind noch nicht geplant, wo es gekauft werden soll. Wenn es da irgendwas gibt, werde ich euch natürlich auf den Laufenden halten. Ansonsten gibt es auch eine Telegram-Gruppe, wo dann immer die Neuigkeiten drin sind. Ansonsten schauen wir es uns einfach mal ganz kurz an, warum Uhu-Token, ein handelbarer Token, der mit der Vereinigung von Währungs- und Wertanlagefunktionen eine durch die Gesellschaft breit gefächerte Community erschafft. Klingt schon mal gut. Die Base darum ist im Endeffekt eine Zahlmethode. Im Endeffekt, was das Ganze dahinter steckt, ist, ihr kennt alle Paypal, ihr kennt, was weiß ich, es gibt noch mehr Zahlungsdienstleister, diese Zwischenhändler im Endeffekt. Und Uhu-Token will das Ganze im Endeffekt viel, viel billiger machen, weil jeder Händler muss bei Paypal einen gewissen Prozentsatz hinterlegen, beziehungsweise muss einen Prozentsatz abgeben. Und bei Uhu-Token im Endeffekt fast nichts, was halt dann wiederum für die Händler deutlich, deutlich günstiger macht. Es wird eine Bezahlmethode geben. Und was auch wichtig ist, stabiles Kurswachstum, man, jetzt habe ich mich ein bisschen verblabbert, ist natürlich auch extrem wichtig. So, und wie wird der erzeugt? Einerseits durch den Trading-Bot, ist auch legit, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, da wurden auch Dokumente gezeigt, gibt es auch auf Nachfrage, dass das Ding wirklich getradet hat, über, ich glaube, eineinhalb Jahre oder zwei Jahre wirklich erfolgreich. Also so, dass es auch wiederum legit ist und nicht nur gesagt wird, ja, wir haben einen Trading-Bot und im Endeffekt läuft das Ding nur durch den Minus. Also es ist hier schon eine gute Absicherung. Wie gesagt, dann gibt es die Zahlungsmethode, können wir uns auch gerade mal angucken, wie das dann aussieht. Ihr kennt es hier zum Beispiel Apple Pay oder halt Paypal etc. und dann mit Uhu bezahlen. Vorteile für die Kunden als Vorteil, mit Uhu Pay anonym im Internet bezahlen. Wie gesagt, es gibt Formen von Cashbacks, Liquidity-Pools und sowas. Und wie man es hier sieht, Vorteile für Online-Shops, welche Uhu als Zahlungsmethode einbinden. Ein Wettbewerbsvorteil durch das Hinzukommen von ihnen zuvor verschlossenen gebliebenen Kundenströmen. Zudem hat Uhu Pay eine Transaktionsgebühr von 0%, sodass 100% des durch Uhu Pay generierten Umsatzes der Online-Shop bei ihnen bleibt. So, heißt, die Leute zahlen überhaupt keine Gebühren mehr. Alles, was ihr im Endeffekt bei einem Online-Shop kauft mit den Uhu-Token kommt 1 zu 1 bei denen an. Finde ich eigentlich ganz cool. Natürlich ist Zahlungsmethode immer, muss man immer ein bisschen aufpassen, sage ich mal. Es gibt viele Projekte da draußen. Andererseits ist es ein deutsches Projekt. Könnt ihr euch auch hier im Endeffekt angucken. Die zwei Gründer. Wenn ihr da Bock auf habt, könnte ich auch gerne nochmal ein Video mit den zwei drehen, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt. Es sind noch relativ junge Gründer. Wird gerade, glaube ich, alles, so viel ich weiß, in der GmbH noch umgewandelt. Also, es ist auch momentan am Laufen. Ihr könnt auch gerne mit den Jungs Kontakt aufnehmen. Es sind echt nette Jungs im Endeffekt. Also, wie gesagt, ist eigentlich an sich ein cooles Projekt. Steht noch, sage ich mal, in den Startlöchern, um es halt so zu sagen. Wie gesagt, es soll da eine eigene DEX folgen jetzt im Sommer. Ihr könnt euch die Roadmap nochmal angucken, was wurde bis jetzt alles realisiert. Da unten steht auch jetzt, der nächste Step ist der DEX-Launch und Start-OTO-Phase. Also, wie gesagt, DEX mit einem Ausgabepreis von 1,20 Euro. Der Launch findet nur zur optimalsten Marktbedingung statt und wird dementsprechend genau festgelegt. September, Oktober. Natürlich, wenn jetzt wir absolut in den Bärmarkt sind, alle Kurse kacken ab, dann will auch keiner, sage ich mal, so ein DEX-Launch. Aber es ist geplant auf jeden Fall September, Oktober. Vermutlich wird es dann auch dort kommen. Ja, und 2023 soll dann der internationale Rollout kommen. Man will noch mehr Firmen, sage ich mal, es sind anscheinend schon Firmen in der Hinterhand, wo da schon Verträge, glaube ich, abgeschlossen wurden. Will jetzt aber hier nichts Falsches erzählen oder so. Ich wusste nur, dass hier auf jeden Fall schon einige zugestimmt haben, das vielleicht dann zukünftig als Zahlungsminute zu nehmen. So, ja, White Paper könnt ihr euch auch gerne durchlesen. Also, es ist gut gestaltet, sodass es jeder versteht. Auch nochmal hier, wie dieser Trading-Bot dann auch, wie er funktioniert. Development-Fonds, Preisentwicklung, Volatilität. Also, er wurde auch viel, viel rumgetestet mit diesem Trading-Bot über Jahre hinweg. Ja, nochmal die komplette Roadmap. Also, könnt ihr euch alles gerne nochmal angucken. Die Gründer, Partner, Legal Data, was weiß ich. Könnt ihr euch alles auf jeden Fall gerne, gerne angucken. Wie gesagt, Link werde ich euch alles unten in der Videobeschreibung. schicken. Schaut euch das Projekt gerne an. Ich finde es ganz gut. Möglichkeit, also, was mich davon, ehrlich gesagt, ein bisschen überzeugt, ist einfach diese 0% Provision im Endeffekt für die Online-Händler. Ich meine, jeder kennt, keine Ahnung, auch so kleine Firmen, die sind dann auf Paypal angewiesen und dann müssen die immer Gebühren zahlen und im Endeffekt hier 0,0 Gebühren. Was will man im Endeffekt mehr? Trotzdem, der Hinweis, investiert nur das, was ihr bereit seid, wirklich zu verlieren. Niemals hier Millionenumsummen, sag ich mal, oder Kredite aufnehmen oder sowas. Das ist nur eine Warnung von mir. Macht es niemals. Investiert das, was ihr wollt, beziehungsweise das, was ihr verkraften könnt. Und ansonsten gibt es zu dem Projekt wenig zu sagen. Schaut euch das White Paper an. Schaut euch die Seite an. Das war es von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.